Cave ist einfach so, wenn du oben landest, hast du den besten Vorteil und Leute, die verkacken, sind halt instant tot. So wie der Typ, der jetzt gerade runterfällt. Ah, der ist im Wasser. Einer ist im Wasser und einer ist links jetzt von dir. Wo links? Das andere links. Er hat schon eine Waffe hier unten bei mir. Ist knockt. Ist tot. Einer im Wasser raus. Der aus dem Wasser ist auch tot. Der war hier gerade hier oben. Die neue Waffe, die kommt für sich. Hat einen Hit. Ist knockt. Der wie sich nicht mehr bewegt, so. Einfach aufgegeben. Insta-quit. Der Start, verschrägt. Sorry, young peep. Hast du einen Fleischer oder sowas? Ne, leider noch nicht. Der ist nackt bei mir, der Fleischer. Fleisch ist nackt. Willst du einen Shally haben? Ja. Wo sind die denn da? Oben auf dem Dach ist einer. Also auf diesen Jägerhütchen. Oh, der hat jetzt einen Headshot bekommen. Einer steht an dem Baum, 295 direkt. Willst du schon schießen? Okay. War das der? Ja, ne. Doch, doch. Einer ist tot. Insta-dead doch. Aber ich glaube nicht, dass es der war, Leon. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil der andere wurde irgendwie von... Einer lag da noch tot auf jeden Fall in dem Baum vorhin. Okay. Und kann sein, dass da noch welche sind. Ich glaube, weil der wurde, der oben in dem Turm war, der wurde von vorne abgeschossen, glaube ich. Also Richtung Treppe. Ja. Diese roten Jacken sieht man halt auf 5 Kilometer Entfernung. Es hebt sich so krass ab auf dieser Map. Ach, das waren diese Deadmauce-Dinger, ne? Naja. Hast du dir das eigentlich geholt? Oder hast du... Ja. Einer ist hier vorne im Eingang. Ja. Und einer an meinem Stein. Einer am Stein und einer an der Halle. Ja. Hab ich gesehen. Einer pushen. Einer knockt. Der andere ist ja am Stein bei mir. Push jetzt links am Stein. Vektor weggelasert. Spoonie. So. Ich habe doch gesagt, dass da noch welche waren. Da schlägt der junge Mann zu. Darauf erstmal eine anzünden hier. Erstmal blubbern. Ich habe auch den einen Typen da gesehen in der Halle. Aber dann war sein Mensch auch schon hier bei den Leichen. Und habe mich halt vom Stein ausgeholt. Braucht dringend eine andere Waffe als dieser M16. Weil er nicht mehr lange gut gehen wird. Oh. Er wird nicht mehr sehr lange gut gehen. Oh, oh, oh. Oh, der Hackebeck. Oh, 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 oh. Der finisht gleich. Oh, den müssen wir auch gleich finischen. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Hackebeck. So alte Sau. Hier ist noch rechts. Push mal mit mir. Hier ist noch rechts einer. Ja, vor mir. Der ist low. Einer knocked. Und einer noch links. Nice. Und da musst du noch einer rein? Vor uns einen am Stein. Vor uns einen am Stein. Großer Stein. Und links. Ach, hast du schon. Okay. Alleine. Der Hackebeck. Drop auf 300 wird gesagt. Ich glaube nicht, was. Drop auf 300. 300. Dann lassen wir alle nach 300 laufen. Ich glaube es kam auch gerade in den Flugzeug. Ähm. Oh. War das deine, nicht? Nein. Loll. Wollten die uns einfach... Hier unten rechts. Einer noch. Oben noch rechts. Und wieder mehrere. Von oben. 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 70. Ah, du blockst nicht. Du blockst nicht. Sorry. Hiel dich. Hiel dich. Hiel dich. Hiel dich. Boah. Die Vektor. Und die zwei wurden auch zerstört. Tornament. Dini. Wenn du das in Tournament abziehst, ne? Ohne Scheiß. Oh shit. Sie ist einmal so OP dieses Ding. Also für dich im Tournament nur noch Vektor. Hier links runter gucken. Ich schieße auf jeden Fall irgendwas schallgedämpft, ne? Unten bei den Häusern. Ja, ich habe den feinen Kill bekommen. Hast du auch gesehen, ne? Der ist gesprungen und einfach in der Luft zerfetzt worden. Ich schau mal gleich auf die Straße. Das schießt auf mich der Atze. Was denn? Mit seinem Helm. Okay, ich boost mich mal. Stimmt, ich habe ja noch die Jacke an. Oh Gott, stimmt ja. Oh, hier ist einer close? Oder bist du das? Ich bin close, ich glaube. Bin gerade in der Zone drin. Ein Stück nach vorne. Bin an den Häusern. Unter uns links. Lass uns erstmal den links holen, okay? Ja, okay. Am Rand. Du bist schon ein bisschen weiter vorne als ich. Ich sehe den noch nicht. Hier müsste dann im Stein sein, an dem Dicken. Oder hier unter uns. Unter uns im Haus drin. Okay. Hättest du ihn nur ruhig rauskommen lassen können. Hier, Süden. Nein, ich hatte halt kein Cover. Süden, Süden, Süden. Ich war U-Low. Ich muss mich eben heilen. Achso, okay. Und Two. Ja, dann sind die letzten irgendwo im Süden, die die vorhin geschossen haben. Ja, die laufen gerade rüber. Die pushen zu dem Berg, wo wir vorhin waren. Schon relativ close jetzt hier. 220. Ich bleib mal hier an dem Stein erstmal. Die sind irgendwo vor uns jetzt. Aber hier ist keine Deckung, also können wir schlecht vorpushen. Lass uns hier bleiben. Wir müssen gleich eigentlich hier zu uns kommen, glaub ich. Guckst du rechts? Dann guck ich links. Mhm. Ja. Einer pusht rechts. Nice. Und sind dead. One. Aufpassen. Der ist aber hinten lang, also... Lass uns mal nach hinten in die Zone einnehmen. Ich bleib hier am Stein. Vorsicht, Schlange, ne? Mhm. Ich will nicht so mittig stehen. Lass uns den gleich einfach circlen zusammen. Wenn die Zone da ist. Cool geboostet? Nö, noch nicht. Mach ich mal. Ich glaub der ist irgendwo Richtung Süden. Sonst hätte er hier auf uns schon geschossen. Süden oder Südosten, irgendwo hier unten. Ich circle jetzt rechts. Jetzt ist das echt wieder eine Schlange hier, ne? Wahrscheinlich. Oh ja, rechts. Ich seh ihn. Äh, 85. Ich seh ihn auch hinten. Ne, ich seh ihn auch hinten. Ja, okay. Egal für Schlangenspieler. Du bist so viel gemovt, mein Freund. Ah. Tidis. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. The Jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's been bothering me. Bye. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, Lawyer Schule. Sie haben hier inlementsatral terraßeng anyways reached nie zum nächsten Mal.